Hey Leute und willkommen zum Informationsvideo der zweiten Gruppenphase. Falls ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen wollt, bleibt bis zum Ende des Videos dabei. Im Hintergrund seht ihr einen kurzen Gesamtüberblick eines jeden Bauwerks dieser Runde. Da die Userbewertung in der ersten Gruppenrunde aufgrund verschiedener Punkte nicht wirklich fair gegenüber allen Teilnehmern war, haben wir das Voting etwas verändert. Ihr könnt nun jeden Plot mit Hilfe einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Vergesst dabei nicht die Bauwerke untereinander zu vergleichen, um fair zu bewerten. Achtet bei der Bewertung nicht nur auf das bauliche Können, sondern auch auf das jeweilige Thema und die Vorgaben und wie kreativ die Idee des Architekten war. Die Videos zu jedem Plot zeigen euch die Teilaufnahmen eines Bauwerks. Natürlich kann jeder, der will, die Bauwerke auch auf unserem Server begutachten. Den Link für das Voting findet ihr in der Videobeschreibung, dann könnt ihr auch unsere Website begutachten, welche mittlerweile veröffentlicht wurde. Bitte beachtet hierbei, dass diese noch Fehler beinhalten kann. Da die zweite Gruppenrunde nun vorbei ist, müssen wir wieder einige Kandidaten verabschieden. Von den insgesamt 16 Plots waren leider nur 14 bewertbar. Acht der Teilnehmer werden ins Halbfinale kommen und von diesen dann wiederum vier ins Finale, da wir das Viertelfinale überspringen. Die Gewinner dieser Runde werden am 26. Januar verkündet. Wie ich schon am Anfang des Videos angekündigt habe, wird es ein Gewinnspiel geben, wo alle unsere Zuschauer mitmachen können. Folgendes könnt ihr gewinnen. 5 Unge Server Beta Keys, 3x10 Aternos Head Start Keys und 2x1 Monat VIP Rang auf Eldercraft, einem der größten deutschen Real-Life Wirtschaft Server. Dazu musst du einfach einen netten Kommentar schreiben, was du haben möchtest und wie du diesen Preis haben möchtest. Die kreativsten Kommentare werden dann von uns ausgewählt, aber das war es noch nicht. Für Twitter haben wir auch noch ein Gewinnspiel, wo ihr ebenfalls 5 Unge Server Beta Keys und 2x10 Aternos Head Start Keys gewinnen könnt. Alles was ihr dafür tun müsst, ist uns auf Twitter zu folgen und unseren Gewinnspiel-Tweet zu retweeten mit dem Hashtag COA Gewinnspiel. Ich und das gesamte Cup of Architects Team wünschen euch viel Erfolg bei unserem Gewinnspielen und nun viel Spaß beim Werten der Bauwerke. Bis zum nächsten Video wünscht euch Turnip Nose. Ciao, ciao.